Servus miteinander, ich fahre jetzt an den Urlaub, aber davor brauche ich noch einen Zitter. Da mache ich mit dem Zahnrad oben rechts die Optionen auf und gehe zu den Profiloptionen. Jetzt kann ich ins Zittermenü rein und einen Zitter suchen. Soll ich einen von meinen Freunden nehmen? Oder einen aus meiner Gesellschaft? Ich könnte auch in der Listen schauen. Oder einen aus der eigenen Gegend nehmen. Aber eigentlich weiß ich eh, wen ich da trauen kann, dass er keinen Schmarrn macht. Jetzt muss ich schön warten, ob ihr mir auch zusagt. Alles Gute und führts euch!